Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda-Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie wieder einmal aus der Selzerhalle. Die Karnevalssession läuft ja so langsam ihrem Höhepunkt hingegen. Viele fiebern auf Weiberkarneval hin oder auch auf die Rosenmontagszüge. Am Sonntag vor diesen ganzen Aktionen findet traditionell in der Selzerhalle der Keuping-Kinderkarneval statt, von dem wir Sie heute begrüßen. Ein Programm für die Kleinsten und ganz viele bunte Bilder und Emotionen, die zeigen wir Ihnen jetzt. Viele Familien hatten den Weg in die Halle gefunden, die meisten natürlich kostümiert. Zum 26. Mal hatte die Keupingsfamilie gerufen und ein interaktives Programm zusammengestellt. Die kleinsten Jecken konnten eine große Anzahl an Tänzen bestaunen und natürlich auch selbst ausprobieren. Dazu gab es zu familienfreundlichen Preisen frisch hergestelltes Popcorn und leckere Waffeln. Vorbereitet hatten den Jecken-Nachmittag Sabine Kleine, Ellen Zechner und Claudia Darmal, die erstmals auch als Gastgeberin fungierte. Ohne diese drei läuft hier gar nichts, quasi das Organisations-Dreigestehen des Kinderkarnevals. Claudia, du musst gleich als Moderatorin auf die Bühne. Wie ist dein Puls gerade? Ja, ziemlich schnell, würde ich sagen. Ich mache es zum ersten Mal. Bin mal gespannt, wie es so wird. Bestimmt gut, denn ihr habt ja eine Menge vorbereitet für die Kinder. Worauf können sich die kleinsten Gäste heute Nachmittag freuen? Es gibt wie jedes Mal wieder Waffeln. Die Popcorn-Maschine läuft, glaube ich, auch schon heiß, so wie ich eben gesehen habe. Ja, für die Mamas und Papas gibt es natürlich auch ein paar Getränke, Kaffee ist dabei. Es wird einfach ein schöner Nachmittag. Wir freuen uns. Genau, und verschönert wird dieser Nachmittag natürlich auf der Bühne mit den zahlreichen Aktionen, Mitmachgelegenheiten für die Kinder. Was habt ihr euch da einfallen lassen? Ja, wir haben uns Mitmachttänze ausgesucht. Das machen Anna Kleine und Teresa Schniedermeyer. Dann haben wir noch ein Highlight. Aus Fürstenberg kommt das Solomariechen. Ja, und die Tanzgruppen aus Salzgott sind alle dabei. Also, Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es wird hier ein bunter Nachmittag mit ganz vielen Tänzen. Und dann freuen wir uns natürlich als absolutes Highlight nachher auf das Solomariechen aus Fürstenberg. Und in Fürstenberg, die wissen ja wirklich, wie man Karneval feiert. Da können wir vielleicht sogar noch was lernen heute in Salzgott. So, in dem Sinne warten wir jetzt mal gespannt auf die Dinge, die da passieren. Ihr müsst los. Dankeschön euch und Salzgott, hella! Im Mittelpunkt des Jäckchen-Geschehens, selbstredend, das amtierende Kinderprinzenpaar. Katharina von Rhein und Orlando Josef, die wir kurz vor ihrem Auftritt noch zu einem Kurzinterview treffen konnten. Wie nervös seid ihr denn gerade vor dem großen Auftritt? Ein bisschen. Ein bisschen? Und bei dir, Katharina? Es geht noch. Es geht noch? Ja, wie fühlt sich das denn an, Karnevalsprinzessin oder Prinz zu sein? Halt irgendwie anders, als wenn man normal hier ist. Was habt ihr denn heute für Aufgaben? Was kommt denn heute Nachmittag auf euch zu? Was müsst ihr machen? Also wir müssen da oben sitzen und den Text vorlesen. Den ihr vorher geschrieben habt, so einen kleinen Reim. Wie beim Müttenabend, so ähnlich. Ja, einfach die gleiche Rede wieder. Und dann habe ich noch eine Frage. Es gibt bestimmt ein paar Kinder draußen, die möchten auch gerne mal Kinderprinzenpaar werden. Was muss man denn dafür machen? Wie seid ihr denn zum Kinderprinzenpaar geworden? Wurdet ihr einfach angesprochen oder musstet ihr irgendwas machen? Lendo hat mich gefragt. Okay, das heißt, du hattest die Idee? Ja, also in der Grundschule hatte ich mich beworben. Dann hatten die dieses Jahr aber halt keine Bewerbungen bekommen. Und dann haben die uns nochmal gefragt, ob wir das dann machen wollen. Weil ihr dieses Jahr schon im fünften Schuljahr seid ein bisschen älter als die im letzten Jahr. Aber das war doch ja eure Chance. Dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Toi, toi, toi und Salzkotten. Hello. Viel Spaß. Danke euch. Erster tänzerischer Höhepunkt an diesem Nachmittag, der Auftritt der Seltzer Minigarde. Unter der Leitung von Maike Sievers, Sophia Nollte und Lena Kamp hatten sich die Jüngsten im Reigen der Tanzgarden in den vergangenen Monaten intensiv mit Pipi Langstrumpf auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein sehenswerter Tanz, bei dem viele kleine Pipis über die Bühne trollen. Astrid Lindgren hätte sicher ihren Spaß gehabt. Die Kostümierung und die Frisur sind perfekt auf das Thema abgestimmt. Und magische Kräfte beweisen die tanzenden Mädchen dann auch. Sehr zur Freude eines großartigen Publikums. Von der Traumwelt der Pipi Langstrumpf ging es weiter in die spielerische Welt von Mario und Luigi. Die seltser Garde Kids, die von Claire Schröder und Stine Hegemann trainiert werden, beweisen eindrucksvoll, dass sie das Computerspiel tänzerisch beherrschen. In ihrem umjubelten Tanz kämpfen sie gegen Drachen und sammeln zwischendurch auch mal Sterne ein, genauso wie Computerspielliebhaber es kennen. Bewegungsmuffel darf man nicht sein, wenn man sich in der Kolpingsfamilie als Gruppenleiter engagiert. Das Betreuerteam der Ferienfreizeiten, die traditionsgemäß in den Sommer- und Herbstferien stattfinden, lud zum Mitmachtanz ein. Hokey Pokey nannte sich dieser Tanz, der sowohl Betreuer als auch Kids forderte, aber vor allem sehr viel Spaß machte. Dann folgte der tänzerische Höhepunkt des bunten Nachmittags. Aus der Karnevalshochburg Fürstenberg hatte man das Sodomariechen Charlotte Werny einfliegen lassen. Die Fürstenbergerin begeisterte mit einer ansprechenden Choreografie aus Tanz, gymnastischen Elementen wie Rädern, Spagat und anderen Bewegungsformationen. Der erste Auftritt des Solomariechens wurde vom Selser Publikum mit einer Rakete gefeiert und bleibt hoffentlich nicht der letzte ihrer Art in der Hederstadt. Stufen 3! Männer und Mädels tanzen ja immer in einer Gruppe, auch die wir heute Nachmittag sehen, ist es schwieriger, alleine zu tanzen oder in einer Gruppe zu tanzen. Das hat alles zu seinen Vor- und Nachteilen in einer Gruppe. Wenn man den Tanz vergisst, kann man ein bisschen abgucken und dann kommt man schneller wieder rein. Wenn ich meinen Tanz vergesse, habe ich an sich ein Problem, aber dann kann ich irgendwas anderes machen. Das merkt keiner. Im Disco-Fieber waren abermals die Jugendlichen der Selser Jugendgarde. Mit eingängigen Beats von 90er-Jahre-Hits wie DJ Bobo's There's a Party heizten die jungen Selserinnen den Anwesenden ordentlich ein. Das wochenlange Training hatte sich bezahlt gemacht. Das Publikum bekam einen sehenswerten Tanz präsentiert, den sich Laura Kreilinger und Elena Schröder ausgedacht hatten. Wenn in Salzgotten eine Karnevalsveranstaltung stattfindet, dürfen sie natürlich nicht fehlen, die Mädels der Selser Garde. Beginnend mit einem Bad im Publikum ebneten sie sich ihren Weg zur Bühne, die sie dann mit Links bespielten. Der Garde-Tanz war wie immer ein echter Hingucker. Der Mix aus verschiedenen Elementen überzeugte groß und klein in der Halle. Weitere Mitmachttänze rundeten das närrische Programm ab. Unter der Regie von Anna Kleine, Teresa und Pia Schniedermeier wurde der närrische Nachwuchs behutsam an das Tanzen und Feiern im Salzgottener Karneval herangeführt. Und beim Piratentanz, da musste dann auch der komplette Karnevalsvorstand ran, frei nach dem Motto Uniform verpflichtet. Da die Vorstandsleute traditionell im Piratenkostüm unterwegs sind, hieß der Mitmachttanz dann auch Piratentanz, wie auch sonst. Eine Gaudi für die Kleinen. Ja, fast zwei Stunden pro Gramm. Ein bunter Nachmittag neigt sich hier dem Ende zu. Ich glaube aber, dir hat es gefallen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir waren jetzt auch noch mit der Junggarde in Elsen, haben da unseren Tanz vorgestellt. Jetzt haben wir hier getanzt und jetzt gehen die Mitmachttänze los und wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, rund um glückliche, zufriedene Gesichter. Das ist der Kinderkarneval in Salzgotten. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr, wenn es dann wieder heißt Kinderkarneval. Hello! Selzer TV wird unterstützt von der Condor Group, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Bühren-Salzkotten. zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Vielen Dank.